Hallo ihr Lieben, ich habe eine super Frage erhalten zum Thema Relativsatz. Sie eignet sich sehr gut für ein neues Video. Mein Name ist Peter Heinrich von easydav.de, der Website, wenn du sehr effiziente Lerntechniken für deutsche Grammatik suchst. Du solltest auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt aber zu unserem Video. Estuado hat mir eine Frage geschickt. Ich lese einfach mal vor. Hallo Peter, ich habe eine Frage bei dem letzten Satz. Das muss hier bei dem letzten heißen. Bei dem letzten Satz wäre der Relativsatz mit Akkusativ nicht richtig. Ich meinte, und jetzt kommt die eigentliche Frage, ich hole meinen Sohn ab, den Basketball gespielt hat. Danke für deine Aufmerksamkeit. Liebe Grüße aus Leipzig. So, das wollen wir uns doch einmal ansehen. Ich habe hier den Satz isoliert, damit wir uns den besser anschauen können. Ich analysiere zunächst einmal das ganze Satzgefüge. So, wir haben hier den Hauptsatz. So, und hier ist der Nebensatz. Im Hauptsatz, lasst uns mal die Satzglieder analysieren. Ihr wisst, ich verwende immer Farben. Das Subjekt ist grün. Dann haben wir hier das Prädikat. Es ist hier ein zweiteiliges Prädikat, denn das Verb abholen ist ein trennbares Verb und die Vorsilbe ab, das Präfix ab, muss am Ende des Satzes stehen. So, und dieses Verb benötigt eine blaue Markierung abholen, ist nämlich ein transitives Verb. Es fordert den Akkusativ und hier ist unser Akkusativ. Das kriegen wir ein bisschen schöner hin. So, das ist unser Akkusativ. Und nun möchten wir zu unserem Sohn hier weitere Informationen hinzufügen mit einem weiteren Verb, mit einem weiteren Prädikat. Und dieses steht hier. Ich enthülle mal hier unseren Halt. So, wir möchten einfach die Information, mein Sohn hat Basketball gespielt, als Relativsatz hier zum Sohn hinzufügen. Wichtig ist nun, dass wir hier einen völlig neuen Satz haben, den wir aber als Nebensatz mit Relativpronomen anschließen. Und in einem Nebensatz steht das konjugierte Verb immer am Ende. Nämlich hier. So, und mein Sohn ist hier dasselbe wie wir schon, wie das Objekt im Hauptsatz. Das taucht nun aber als Subjekt auf. Und das markiere ich auch mal entsprechend wieder. Mein Sohn ist in diesem neuen Satz das Subjekt, wer spielt Basketball, mein Sohn. Und dieses mein Sohn fügen wir nun ein als Relativpronomen. Aber unser Verb spielen, das ist unser neues Prädikat im Relativsatz. Spielen hat wieder eine eigene Grammatik. Wer spielt? Mein Sohn spielt. Wir lassen also mein Sohn als Subjekt. Und markieren es entsprechend grün. So, noch ein bisschen schöner. Das heißt, wir müssen das hier korrigieren. Es heißt nicht, den Basketball gespielt hat, sondern der. Weil es das Subjekt ist. Und spielen, das Verb spielen, hier haben wir es nochmal, ist ein transitives Verb, es verwendet ein Akkusativ, aber nicht an dieser Stelle. Zuerst mal markieren wir das entsprechend. Spielen benutzt den Akkusativ wieder. Es ist ein transitives Verb. Und der Akkusativ ist aber hier. Basketball. Nochmal. So. Das ist unser Akkusativ. Also unser Verb spielen möchte den Akkusativ. Hier ist der Akkusativ. Und das konjugierte Verb, wir haben hier das Perfekt, ja. Es besteht aus dem Hilfsverb. Haben ist hier, ich scrolle mal ein wenig hoch. Das ist hier ein Hilfsverb. Und das hier ist das Partizip 2. So. Und in diesem Partizip 2, das ist ja unser eigentliches Verb, spielen. Das gibt uns die Verbgrammatik vor. Hier sagt es uns, dass es ein Akkusativ verlangt. Und der Akkusativ steht hier. Aber das Relativpronomen ist hier das Subjekt im neuen Satz. Ich darf also nicht einfach das Objekt des Satzes, ich darf nicht den Kasus des Substantivs weiterverwenden im Relativsatz. Auf das sich das Relativpronomen bezieht. Also ich darf hier den Sohn weiterverwenden im neuen Satz, aber er muss in den entsprechend korrekten Kasus transformiert werden, wie es der neue Satz eben verlangt. Und der neue Satz heißt eigentlich, wie hier, mein Sohn hat Basketball gespielt. Mein Sohn ist hier das Subjekt. Das darf ich nicht einfach als Akkusativ weiterführen, nur weil es hier mal Akkusativ war. Und es muss nun im Numerus und Genus mit dem Bezugsnomen übereinstimmen. Das heißt, ich brauche das Relativpronomen maskulin, singular, aber im Nominativ, weil das die neue Funktion im neuen Satz ist. Und dieser neue Satz wird als Nebensatz verwendet. Deshalb das konjugierte Verb hier am Ende. Aber die Kasusverteilung richtet sich nach den neuen Regeln des neuen Verbs im Relativsatz. So, ich hoffe, ich konnte euch das verständlich erklären. Lasst mir gerne, wenn ihr was gelernt habt, einen Daumen da, abonniert bitte meinen Kanal und besucht auf jeden Fall mal meine Website easyduff.de und weitere Infos, zum Beispiel zu meinem Instagram-Kanal, findet ihr in der Infobox und so weiter. Gut, das war Peter Heinrich. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.